Bahnsteig 3 Railjet 631 nach Villach Hauptbahnhof über Klagenfurt Hauptbahnhof fährt ein. Die First Class und die Business Class befinden sich in Sektor B. Attention please! Railjet 631 to Villach Hauptbahnhof via Klagenfurt Hauptbahnhof is arriving at Platform 3. The First Class and the Business Class are located in Sektor B. The First Class of 2022 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020